Musik Also Rock, Junge, reiß dich mal ein bisschen am Lappen hier. Boah, ich bin mal Arsch, was ist das hier? Oh, so, das wollen wir auch mal ein bisschen umherködern, was? So, wieder synchronisiert habe ich. Schon wieder keine Position, Alter. Krass, hier. Auf jeden Fall steht der ganze Mist jetzt draußen, Alter. Oh, gleich fertig, ey. Ja, wir haben es gleich geschafft. Ist aber auch echt hart, da. Also, wenn das einen alleine spielen tut, Prost Mahlzeit, dann seid bloß viel Glück. Ja. Und Waldmannsheil. Ich liege hier bei der Kiste, nur mal so. Ach so, sag das auch. Ja, hab ich auch gerade. Dass du dich da ausruhst. Ja. Schön gemütlich, ne? Schöne Kopfstürze. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen zu viel Pulver, meinem Geschmack nach. Nein, wie kommst du da rauf? Meine Frustration. Ach, na nu. Meine Maus, die Waffe automatisch rektet, das tut noch seinen anderen Teil dazu. So, ich geh jetzt synchronisieren. Verkeh er jetzt. Synchronisiert. Wenn tritt denn da dann? Boah, ey. Der mit seinem Scheißschild, der Mann. Ich gebe neue Befehle an die Boss auf. Ne, endlich. Vorsicht, diese Typen sind klar laut. Sichere das nicht. Wir dürfen keine Mistkerle am Leben lang. Was? Nix leichter als das, Ego. Was hast du? Keine anderen Probleme, was? Ach, die Bots helfen uns. Na, endlich. Warte auf Zeit. Kann er irgendwas machen? Hier sind Bots, die helfen uns. Das ist gut. Lass keiner am Leben allen. Ich weiß auch nicht, was du für einen digitalen Shit raufst, aber der ist nicht gut oder nicht. Lass dir das gesagt sein. Ja. Meine Maus spürt schon wieder. Bäumchen, Bäumchen wechselt dich. Gott sei Dank sind jetzt erstmal diese großen Viecher auf unserer Seite. Müssen wir nur noch hier diese... kleinen Stümpers hier loswerden. So, der ist tot. Ja, du bist langsam müde, ne? Ne, agro-werdig. Ich lasse mal ganz gut an dieser wilden Scheiß... ...nurste Materie auch so. Ja. Lass raus, die Wut! Mir fallen so wie die Fliegen. Momentan. Ist doch gut. Ich schieße ein bisschen mit diesen... ...granatenwerfern hier durch die Gegend, damit... ...die Schilde ein bisschen schneller sinken bei den Viechern. Ich gehe jetzt Munition nachfüllen. Ich denke auch. Ah ne, das rufen wir da an, das Viecher heilt uns auf. Ist das hier wirklich alle? Nein, 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 ich bin ich nicht. Bin ich nicht. Steam-Verheilung. Komm. Oh, hier noch wer gerade hat. Gut. Jetzt reicht mir das. Aua! Katze, verpiss sie doch mal! Wundervolle Stresse muss er einlaufen, ey. Bewegung. Oh Mann, ey. Da ist ein Schlacht. Alter, Späte. Warum Tiere immer vor einem... ...vor der Nase einem umherklafen müssen, ey. Soll ich mir nicht am Arsch vorbeigehen? Je. Wortspiel. Auf jeden Fall lichtet sich das Feld hier schon ein bisschen. Ja. Das sieht schon mal ein bisschen... ...anders aus. Und sonst so, äh, wie war dein Tag heute so? Ja. Mega, auch jeden schmeckt. Ja. Gut geht's auch immer so. Alter, man schießt denn da auch nicht so viel? Ich brauche echt einen BMG, Alter. Genau. Ja, ich brauche auch einen BMG. Ach, ja. Und mit dem BMG hätten wir die Scheiße schon längst gerissen gekriegt, ey. Ja, wir müssen aber das Beste draus machen, was wir haben. Ja. Geht ja nochmal nicht anders. Obwohl die Knarre, die ich hier habe, ist nicht schlecht. Das ist mein Angriffskarabiner. Strom. Ja. Wenn das Ding nicht immer so schnell leer sein würde. Ah, ich wäre gerade runtergefallen. Ich werde mich mal kurz mal sicher hinstellen. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt hier irgendwie, äh, warte mal, ich muss mal gucken hier. Äh, nee, habe ich nicht. Ich habe gedacht, hast du, hast du eigentlich noch, äh, diese, diese... Reinhardt muss ich, äh, ein... Hast du eigentlich noch diese, äh, kleine Pistole, wo du... Äh... Netten kleinen Horstierchen freirufen kannst? Ja. Ach. Nimm sie mit rein. Die könnte uns vielleicht helfen jetzt. Äh, ich glaube, ich habe so nichts mehr. Ja, ich habe vorhin auch massen auf Spaltung gemacht. Scheibendreck. Mist, habe ich nicht. Ja, schwirr, siehst du jetzt, wo du sagst? Oh, ich bin tot. Ah, ich kann mich ja wieder überlegen. So, sind wir halt da. Aua. Bewegung. Nach dem Nachladen. Und nach dem Entschluss. Höhen, Entschluss. Bööö. So, der ist erledigt. Da kommen aber keine neuen nach, ne? Nee. Jetzt auch erledigt gleich. So, der ist weg. Da wäre ja schlimm, wenn der neue nachkommen würde, ne? Ja. Ah. 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 So schnell kapiert es sich nicht. Ah. 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 harter Kampf, aber wenn wir den schaffen... Das machen wir dann nach Hause. Das auf jeden Fall. So, der ist auch weg. Ich will nicht die Statistik nachher gleich wissen. Bei mir steht bestimmt nachher gleich, dass die Punkt jetzt halb zu blutig ist, um... Boah, leck mich doch am Arsch mit seiner scheiß Schild. Hat sich ausgeschildet hier. Oh, voll, kann das? So. Ich lege das erste Mal jetzt wieder im Dreck. Okay. Aber das macht nix. Jaw, ey. Ich habe im Dreck. Du wirst jetzt bereuen, mich kennengelernt zu haben, Freund. Ich verlinke hier sehr viel Granatung. Ich werde jetzt gleich alle starten werden. Sind hier in dem Haus noch welche? Ja. Oh, langsam lächeln sich die rein, Alter. Scheiße, wie war es angelegt? Uh. Langsam lächeln sich diese Kack rein. So. Liegst du? Nee, nee. Noch halte ich hier gut durch unten. Weil ich habe gerade im Augenblick nur so ein... so ein Kreuz gesehen. Ja, halt du immer noch gut, äh... Boah, boah. Äh, sag mal schnell, Rückendeckung von da oben. Ach, du bist schon unten. Ja, ich... Ich starte hier gerade ein Feuerwerk an... an Käfer. Okay, gut. Das ist sehr schön. Okay. Okay. Hier drin ist bald alles leer. Das ist gut. Ich bin alle nicht. Aber ich glaube, die Rücken so... immer so da und da. Ja. Also ich sehe hier drin jetzt so gut für keinen mehr. Das hat gerade gut gepasst. Wieso? Ja. Das war der Samsung, äh... Android... Missile Sound... Das war die Samsung Android Engine 4. Ja. Boah. Alter. Tach-Meg-Pul... Ach nee, noch nicht. Ich wollte gerade sagen, Tach-Meg-Pulsiere, aber... Falsche Waffe. Oh, was? Stimmladung. So, weg ist er. Kleine miese Drecksau. Ja! Friss meinen Staub, Junge. Friss meinen Staub. Boah. Drin ist immer noch nichts, ne? So, der ist auch weg. Hier drin sieht es aber gut aus. Ja. Sauber. Wo ist, die kommen jetzt von draußen rein, ne? Das ist gut. Wo ist das? Kommt von draußen rein. Holla. 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 Rächtet doch jetzt bitte ein Bein. Holla. Hiya ho. Wir rotzen jetzt. Die Riders ist aus. Dann gehen wir nach Haus. Dann gehen wir nach Haus. Soll er auch wehtun, du Penne. Boah, wenn ich nicht immer so... ...richtig dämlich laufen würde. Ja. Nein, ich liebe dich. Guten Tag. Mach Platz, Sajor. Ich bin der Landbrot. Auf jeden Fall das Geld von dem, was wir hier durch unser Sterben ausgegeben haben, ist schon wieder drin. Es sind nicht mehr viele Gegner draußen. Also es sieht schon mal sehr gut aus, was wir hier machen. Alter. Wir kommen bald langsam zu... Ich habe 11.325 Punkte oben rechts, ey. 11.000. Ja. Ja, aber durch das Sterben werden sie wieder runter dezimiert, ne? Wobei Taten sterbe ich nicht. Ja, aber ich bin raufgegangen. Aber alles nur zum Wohle des Volkes. Es wird weniger. Ja. Ja, es wird auch weniger. Jetzt greift einer von hinten an. Den hole ich mir. Okay. Ich glaube, wir haben nachladen, ey. So. Ist weg. Oh, scheiße. Hältst du durch ja, ne? Oh. Oh, es sind nur noch fünf Gegner. Leider sind vier. Okay, übergeredet. VWRMG. Ich mache unser Online-Busy. Ich habe gerade hochgedreht. Skype. So wird's, was du hier machst. Weg. Was? Alter. Ach, scheiße. Bam, Junge, bam. So, der ist tot. Der hat gerade Doppelgänger von sich erschaffen. Schnaps. Will ich nicht. Boah, Alter. Ich kann ein Schild gemacht. Boah, der Große ist auch weg. Einer ist noch. Der Letzte. Der Letzte. ist nicht wie Sau. Er ist weg. Endlich. Boah, wir haben's geschafft, ey. Alter. 161. Leckt mich an den Boden. Ey, guck dir diese Scheiße an, ey. 10.033 XP. Wieder, wiederbelebt. Oh, dreimal belebt. So, ich würde aber sagen, wir machen wohl jetzt an dieser Stelle Pause, wa? Aber erstmal sicher hinstellen, oder? Ja, aber komm, wir rennen da hinten hin zu unserem Exaktionspunkt. Ja. Ich habe einen coolen Plan. Und wenn er funktioniert, haben wir eine Hammerwaffe auf unserer Seite. Brrrr. Ja, damit hätte es auch früher kommen können, Case. Echt mal. Das geht ja mal gar nicht hier. Hey, cool. Neuer Zungenbrecher. So. Damit hätte es auch früher kommen können, können Case. Captain Case. Ja, Captain Nille Case. Die Nille Case, Captain. So, hier Captain Cooper kam hier auch bei Doom vor. Echt? Cooper, ja, der hieß Cooper. So, liebe Freunde. Und ja, wir machen jetzt hier erstmal an der Stelle erstmal eine lang erholte, verdiente Ruhrpause. Hier ist richtig schwindelig, Alter. Und ja, sehen und hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Defiance LPT. Und ich denke mal, dann sind wir bestimmt auch wieder zu dritt, denke ich mal. Denke ich mal. Ja, ich hoffe mal, wir sind auch mal irgendwann mal zu viert. Ja, ich hoffe ich auch mal, dass wir endlich mal irgendwann mal wieder zu viert sind. Oder wir waren ja noch nicht zu viert, aber mal zu viert sind. Ja, an dieser Stelle erstmal hallo, Marzipan Mann. Ja, genau. Ne, Marzipan Mann, das war ein Aufruf an dich. So. Hast du jetzt davon. Ja. Dann der Frau links, rechts an den Backen und dann geht ab. Ja, ich sag dann mal ciao, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis auch. Ciao mit V und schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal.